Es waren die 90 oder 95 Minuten, das kann passieren. Es gibt einige Phases, wenn man gut verteidigen muss, kommt behalten. In München war die Phase ein bisschen langer, aber wir haben es gut gemacht. Wir kennen und wissen, was unser Stil und unsere Art und Weise ist. Ich erwarte nicht ein Spiel morgen hier in unserer Serie.